chan king china this city is big brothers wet dream mit morgen jetzt läuft das sound sie haben dieses mal wirklich vertikal gebaut also nach dem umbau auf amd only hatte ich keine probleme mehr mit cyberpunk das lief wunderbar oh that suit Oh 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 Hey mister Hello Don't mind me I hope there's the wrong code I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here I 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 Okay, also hier könnten wir als Homeless Hi Also frisch rasiert, aber ist auch anders gut, ne? Haben Sie ihn? Ich habe. Sie haben ihn nicht verletzt, aber es ist nicht so gut. Nein, ich habe ihn nicht verletzt. 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 Ich habe ihn nicht verletzt, aber es wäre nicht verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. das ist hier also für die gamers ja haben wir hier derzeitige verbreitung ja Hey, how are you? Hey, what's cracking, boys? Be tune, ich grüße dich, moin. Do you really have a card? You accept that you may suffer partial or complete memory loss? Yes. You understand that the full compensation of the above mentions is part of the agreement when it happens, and you waive all future rights to seek further compensation? Yes. Who would you like to benefit from the proceedings if you yourself are incapacitated? Would you excuse me? Oh, so Hush likes the last one I sent up to the council. He'll be the one to conclude this place. Okay. Oh, thank you, June Lee. Haha, that's what we do, guys. Alrighty, ladies and gentlemen. die gute alte büße jay moin ok passt auf gehen uns jetzt mal den pissen den obdachlosen holen und dann gehen wir gehen wir da als obdachloser rein die irgendwie testen die an obdachlosen ich wünsche mir ich wäre im realen leben hier ich würde so viele fotos machen ich glaube ich glaube ein irgendwann in meinem leben möchte ich auch noch mal nach china die potente objektiv ich habe nur potente objektive damit noch nie unpotente objektive eigentlich würde ich mich gerne als dieser herr vergleich aber es ist ziemlich schwierig auch ist wir haben oder mal wir haben hier Du solltest mehrere Schritte entfernen von mir nehmen. die zertag noch wirklich schlechte objektive ja habe ich mir schon gedacht das stellt sich schwieriger die 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 Nice one. Oh, God, hey, someone help me. Bye. What the hell was that? Really? Oh. 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 Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Geil. 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 fack der fack hat sie mich gerade einfach weggeschickt ich habe nicht den richtigen obdachlosen und 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 es gibt keinen tag-nacht-rhythmus ich glaube wir müssen das unten triggern ich glaube wir müssen unten erst triggern dass er das per funk durchgibt wieso hat sie mich denn jetzt abgelehnt ist die blöde oder was ich blöd habe ich gefragt oh was that noise okay Die letzte Zuflucht. Damit ist die Anwärmung für heute erledigt. Ah, das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen das früher machen. Ja, Schuh, das kannst du machen, genau. Das Problem ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss mich da mal gerade so ein bisschen drum kümmern. Ich habe die letzten Tage keine Zeit gehabt. Leute haben ganz, ganz viele Sachen für ihre Punkte eingelöst. Und ratet mal, wer das nicht berücksichtigt hat oder eingelöst hat. Richtig, dieses Kackgesicht. Also, glaube ich, wir müssen starten. Okay, wartet. Leute, wir müssen, um den Obdachlosen zu machen, müssen wir früher rein. Das müssen wir gleich am Anfang machen. Weil sobald wir dieses Gespräch hören, ist es vorbei mit Anbärben. zuerst ein... ...vermüne. Und wir müssen hier ... ...vermültig? ...vermültig. ...vermültig. So cool Every day keeps the doctor away Very nice Hey Are you ready to go to the boat? No? Do you accept that you may suffer partial or complete memory loss? Yes You understand that full compensation to the above mentioned is part of the agreement when signed and you waive all future rights to seek further compensation? Yes Who would you like to benefit from the proceedings if you yourself are incapacitated? Would you excuse me? Oh, so Hush liked the last one I sent up to the table He'll be the one to conclude this stage I knew Hush would be pleased with him He signed up for the full package Strong too I'll wrap up down here Thanks, June Lee I was just informed that we don't need any more test subjects tonight I don't understand There's no work? Oh no, there will be more to come Depending on the results of the conclusion to this test phase Come back tomorrow And we'll schedule a new spot for you Tatsächlich müssen wir noch irgendwas anderes machen Come in and take a seat Hi Oh, oder auch nicht I'm sorry to inform you that we have all the test subjects we'll need for tonight But you're welcome to fill in your information now and come back tomorrow A guard is waiting outside the door He'll escort you out of the building when you're done Help yourself to an apple Be in trouble I do need my vitamins Everything Irgendwo, die haben den Test-Subjekt, was schon geht. Hallo? Also müssen wir das Test-Subjekt ausschalten? Ja. Ja. Ich denke, das ist alles. Ja, hier ist es ein Projekt und ein Projekt zu bewegen. Das ist das für real. Für real. Das ist für real. Ich glaube, das ist ein Problem. Wo sind wir alle? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Euh, hallo? Eek? Ich bin mir überrascht, dass er so fokussiert hat, dass er nur vergessen hat. Ich meine, das ist ein schönes Küche. Wenn er sich alleine will, dann kann er nur sitzen in der Körner. Wir haben auch eine Brücke. Er ist einfach wirklich fokussiert. Ich bin sicher, dass er ein wenigstens ist. Besonders, er ist employed von ihm, nicht von ihm. Er ist ein großartiger Mann, und ich bin sicher. Warum hast du immer gesagt, dass er immer so ist? Ich mache nur eine gleiche Gespräche. Das ist alles. Entschuldigung. Ich habe nur ein paar Sachen persönliche. Mein Kopf ist fröhlich. Komm, zurück zur Arbeit. Wauw. Was war das? Niemand sollte ihn sehen. Jetzt. Leader. Oh, das ist nicht n Thema. Wenn das jetzt mehr so ausging, dann bekommt ihr dann das Gerät. Wauw. Dann geht's nicht nennen. Wauw. Dann geht's nicht nennen. Dann geht's nicht nennen. Wauw. Dann geht's nicht nennen. Okay. Okay? 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 Okay?